Moin, ich bin Stulle und wir sind Rotzefütze aus Bremerhaven. Rotzefütze, Rotzefütze, drei, vier, fünf, sechs. Warum willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum muss ich immer schreien, wenn's ums Essen geht? Ich bin heute Morgen zum Edeka gegangen und ich dachte, ich tru' meinem Kind mal was Gutes, hab schön schön Schweinegulasch, schöne Rindergulasch gekauft und jetzt kriegt er mich ab wie ein Auto, ich mach mich nur was los. Warum willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum muss ich immer schreien, wenn's ums Essen geht? Und dann hab ich noch Suppengrün gekauft und Tomatenmark und Rotwein und die ganzen Milchkasten wie die Zwiebel reingemacht, seit fünf Stunden steht die Kacke auf dem Herd und die will es nicht und ich frage mich, was ist so, warum? Warum willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum muss ich immer schreien, wenn's ums Essen geht? Ich fall in der Küche auf die Knie. So mächtig warst du doch noch nie. Warum willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum muss ich immer schreien, wenn's ums Essen geht? Warum willst du das nicht? Warum willst du das nicht? Warum muss ich immer schreien, wenn's ums Essen geht?